So, unser Navigator hat die Hälfte vergessen. Super. Oder? Kommen wir überhaupt hier wieder an oder werden wir irgendwo im Wald verhungern? Wir werden im Wald verhungern. Aber es ist nicht so schlimm, hier gibt es Wehren. So, jetzt sind wir fast Komplette. Ja, da geht mit. Da müssen wir Essen bestellen. Klingt zur Not. Ja, Notgroschen habe ich immer dabei. Ich dachte ja, aber nicht roh. Oh, kleine Jumpline hier. Oh, shit. Ui, 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 ui. Noch mehr Essen hier. Vakobin. Jawoll. Hier durchs Wasserbraten. Ja, ist gut. Die ist rutschig. Meine Nase Tüte, oder? Ja, fast. Fast ein nasses Gesicht gewesen. Wenn man so richtig reinkickt hier. Oh, ist der alte Paket. Was ist das denn? Mal gucken, wer hier einen Vorderradblock hier ankommt. Mal gucken. Mal gucken. Warte. Oh, fast. Oh, oh. Henner. Der war mal schöner, oder? Wie wir euch gesehen haben, haben wir schon ganz langsam gemacht. Ich sag's nur für den Zukunft. Wie bitte? Haben wir die Ferner verschrocken? Nein, 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 alles cool. Aber wir sind alle gerade aktuell wild. Wir haben Frühling. Genau. Wir auch. Für die, die ihn nicht kennen, viel Spaß beim Blaubeert Trail. Okay. Du trittst mich hier kaputt, du. Es geht. Ich schau. Es geht ab. Es geht ab. Es geht ab. Es geht ab. Ach hör mal, sind wir das letzte Mal auch gefahren, wie wir mit dem Big Nick gefahren sind? Ja genau. Jetzt erinnere ich mich. Geile Aussicht. Deswegen dachte ich mal, wir sind zu Hause hier mit deinem Ausricht, dann machen wir den Rest. Da gibt es auch gut Stoff, weil ich weiß, was in der nächsten Kurve kommt. Ich glaube, da hat sich aber einer lang gemacht, der ist ein bisschen sehr lang. Blaubeertrail reverse. Einer fehlt. Irgendwann ist es passiert. Gibt es alles, Max? Ist es lang gemacht? Wo hier rüber? Und dann da runter? Ja, ich bin trotzdem nicht ins Loch, aber ich bin hier, glaube ich, aufgekommen. Aber so mit der Schulter. Aber nicht knack? Ich glaube nicht. Sonst könnte es sein. Okay. Gibt es hier im Sommer dann immer Blaubeeren oder? Warum heißt das Ding so? Komm du, Asi. Du schaffst das. Ja. Ja. Du hast einen Asp gefunden. Aber dein Gurt ist offen vor dem Rucksack. Jetzt geht es ja noch. Ich kriege den nicht mehr zu. Ich kriege den nicht mehr zu. Dann geht es doch. Ich kann dich vergrößern. Dann geht's mal rein. Yes, baby. Upsa! Huuu! Sehr schön! Dschung, bang! Check! Ach komm, ich komm richtig! Hier! Ja, ich check richtig! Schau mal, dass keine Basaren auf den Treppen sind! Das ist nicht erreichbar! Wie viel man jetzt reicht? Ok Das war doch schön! Hier links direkt? Meinen Sie sind ok, aber die letzte Stufe ist scheiße hoch! Hier geht's! Hier geht's! Hier geht's! Oh ja, da kommen wir aber! Da ist es schwer! Hier geht's! Hinterradfläckchen! Komm, wir fahren mit dem Traum! Hier geht's! Hier geht's! Hier geht's! Hier geht's! Hoppa! Jawoll! Wo ist der Ben? Hast ja das steilste Ding hier ausgesucht! Hier geht's! Hier geht's! Hier geht's! Hier geht's! Wie bist du denn auf die Idee? Kommt mir gerade raus zu fahren! Ich hab keine Ahnung, wo ihr dann wollt! Wo ist denn die Treppe runter? Ich hab ihn nicht gesehen! Ich hab ihn nicht gesehen! Ich hab ihn verstanden! Das ist doch schick! Oh ja, schön! Oh ja, der ist aber... Ja, da fliegst du aber direkt bis zur Straße runter, oder? Bisschen angepasst, sagt er. Oh, hier auch noch einer, geradeaus. Puh! Puh! Da fliegst du aber sonst wohin, oder? Wenn du die Kicker da mitgenommen hättest, dann wärst du richtig unten angekommen. Der zweite wäre schon wirklich optimistisch. Puh! War aber überraschend jetzt! Schnell mal schön deine Unterhose hier. Oder? Ja, geil! Welche Farbe? Mit Arschfax! Kaki! Hast du Bremsstreifen da drauf, oder? Ja, aber die sind von innen. Wow! Zucka, zucka, zucka! Geil, oder was? Geil! Ditto! Und direkt durch! Willst du nochmal, oder was? Mach nur Platz! Du meinst, der haut jetzt hier durch! Greif und Max! Ein bisschen Platz machen! Toll! Yeah, Baby! Guck, guck, guck! Scheiße, schnell! Juhu! Juhu! Oh, oh! Warte, warte, warte! Ja, war das jetzt beschissener hier! Na, war! Warte! Warte! Easy! Na, warte! Schlimmste geschafft! Cool! Sauber! Yeah! Ja! Ja, ist klar! Ja, ist klar! Haha! Haha! Ja! Ja, warte! Ja! Jesus! Ja! 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 blöber, blöber, blöber schön, durch die kacke hier aber du war ja aber richtig schön die scheiße hier verteilt ich wollte nicht nasser füße Alter, was geht denn hier ab? Tschööön oh scheiße, alter oh der Ballatze, ich stehe aber einen weg Auf einmal Wasser weg. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh, yes! Uh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Y landa ein paar maa... Oh, oh! Oh, oh! Yups! Das war gerade vorbei, nein? Oder konnten wir noch fahren? Das ist aber noch nicht mal 1 PS, oder? Wer droppt zuerst? Ich bin noch krankgeschrieben. Wo ist Lebi? Lebi wird das machen, oder? Der Lebi, der springt hier runter. Oder die Treppen da hinten? Ich glaube, heute hier hochspritzt das alles Pferdekacke, oder? Ja. Wunderbar. Alles ist logisch abbaubar. Super. Alter. Alter! Alter! Ich bin mal, ich bin mal, dass hier läuft. Wie? Haha. Aber er gibt sich auf... Ah. 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 Ui! Oh, warte auf, ist er glatt? So, Tour am Ende, Guide am Ende. Nach so einer Tour streite ich mich viel weniger mit meiner Frau. Ja mein Schatz, ja Schatz. So Männer, war eine schöne Tour. Tino hast du, auf jeden Fall. War geil. Geil geguided. Burger King ist auf dem Weg. Tschüss. Bene. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Oh, tschüss.